Hey, mein Name ist Ian und ich möchte euch heute zeigen, wie man mit einem handelsüblichen Personalausweis sich bei Google einloggen kann. Kommt die Abfrage, jetzt lege ich den Personalausweis in den Kartenleser, weiter zur PIN-Eingabe, die entsprechende PIN zum Freischalten des Ausweises und jetzt bin ich bei Google eingeloggt. Zack, mit dem Personalausweis bei Google als Second Factor eingeloggt. Warum hat uns das eigentlich niemand erklärt? Der Personalausweis wurde mit unseren Steuergeldern entwickelt und hat einige Funktionen, die die Bundesregierung der Bevölkerung niemals erklärt hat. Als Hochstechnologieland entspricht das nicht meinem Verständnis von einem E-Government, wenn Steuergelder investiert werden in tolle Funktionen, die uns im Netz wirklich sicherer machen könnten und dann die Dokumentation davon einfach nicht stattfindet. Deswegen habe ich es mir jetzt zur Aufgabe gemacht, als kleiner YouTuber diesem Missstand abzuhelfen und zu erklären, wie man mit dem Personalausweis sich sicher im Netz bewegen kann. Ich bin über diese Funktion auch nur absolut durch Zufall gestolpert. Und zwar habe ich eines Tages hier an Bord mich mit dem CK unterhalten, der ist auch ein Member hier an Bord der Seabase. Komm doch mal kurz her, dann kann ich dich vorstellen. Ah hoi, grüß dich. Hi Christian, schön, dass du da bist. Du hast am Perso mitgearbeitet. Was hast du da gemacht? Unter anderem technische Richtlinien geschrieben, einige der Softwareimplementierung sind auch aus meiner Hand. Die Architektur der Software? Genau, also einer der Lead-Architekten von der ganzen Sache. Das heißt, wenn im Nachhinein jetzt Fragen auftauchen, was kann der eigentlich, was kann der nicht, welche Funktionen sind gerüchteweise vorhanden oder nicht, dann in die Kommentare damit und dann können wir die im Nachgang gerne beantworten. Der Perso funktioniert als Crypto-Token für Zwei-Faktor-Authentifizierung auf diversen Plattformen. Richtig. Warum hat das noch niemand jemandem erzählt? Es ist einfach noch zu neu. Es ist seit anderthalb Jahren im Feld, im prototypischen Wirkbetrieb. Es ist aber noch nicht kommuniziert worden bisher. Seit eineinhalb Jahren im Feld, im Wirkbetrieb und noch nie haben kommuniziert worden. Du hast daran aber nicht nur dienstlich gearbeitet, sondern auch in der Freizeit, oder? Genau, ist ja mein Baby. Warum sollte ich eigentlich so ein Perso einsetzen für Zwei-Faktor-Authentifizierung? Was ist Zwei-Faktor-Authentifizierung und warum brauche ich das? Also ganz einfach, auch zum Schutz, dass mein Passwort nicht geklaut werden kann, beziehungsweise es kann natürlich immer noch jemand klauen, aber es kommt nicht einfach damit an meinen Account ran. Das ist das Wesentliche. Man nimmt einen zweiten Faktor, es kann ein Stück Hardware sein, um dann eben halt nochmal zu bestätigen, ich bin das selbst tatsächlich. Und bevor man irgendwas kauft an der Stelle, kann man einfach seinen Ausweis nehmen mit seinem Telefon und dann hat man diesen zweiten Faktor. Okay, also jetzt gerade verwenden wir zum Einloggen einen Username und ein Passwort, das heißt, den Username kennt theoretisch jeder, so im Netz öffentlich, mehr oder weniger. Das Passwort weiß ich, das ist geheimes Wissen in meinem Kopf, wenn das abhanden kommt, ist der User-Account kompromittiert. Richtig. Und mit einem Personalausweis oder einem anderen Crypto-Token fügen wir den Faktor haben hinzu, das heißt, ich brauche das Wissen um das Passwort und den Besitz, also das Stück Hardware muss ich haben, um mich einloggen zu können. Nur beides zusammen ermöglicht den Login und damit bin ich optimal geschützt vor einem verlorenen Passwort, einer Malware, die Passwörter klaut. Genau. Oder jemandem, der einfach nur zuguckt beim Eintippen des Passworts. Richtig. Super gut. Gibt es das auch noch in anderen Bereichen? Zwei-Faktor-Authentifizierung? Andere Geräte als den Perso? Was nimmt der Rest der Bevölkerung dafür? Ja, also Google hat mal angefangen mit diesen Yubi-Keys zu arbeiten, also früher war das der Knubi an der Stelle, da kommt der ganze Fido-Standard her. Das ist auch genau das, was wir beim Personalausweis angefangen haben zu verwenden, das heißt, wir sind aufgesattelt auf diesem Standard, somit können wir also alle Dienstanbieter, die Fido sprechen an der Stelle, auch mit dem Ausweis verwenden. Und dann gibt es auch ein paar abweichende Varianten, zum Beispiel einmal Passworte mit dem Google Authenticator zum Beispiel oder dem Microsoft Authenticator, dass man dann eben halt eine sechsstellige Pin sozusagen nochmal zu dem Account hat zu einer bestimmten Zeit. Die ändert sich immer und muss die eingeben, um zu bestätigen, dass ich das bin. Aber das würde ja immer auch bedeuten, ich muss nochmal eine extra Applikation haben und so weiter. Das ist also mit dem Ausweis im Moment einfacher. Also den Perso haben wir ja schon alle und können den dafür benutzen. Genau, der kostet nichts extra. Das zeigen wir gleich nochmal, wie das mit anderen Optionen gehen würde und wie die aussehen. Diese Technologie, wo kommt die eigentlich her? Es gibt schon länger am Markt erhältlich diese Produkte namens Yubi-Key. Die sehen so aus, sieht aus wie ein USB-Stick, verhält sich auch fast wie einer, mit einem wichtigen Unterschied. Man kann eben keine Daten auf diesem Gerät speichern und wenn man das reinsteckt in den Rechner, dann denkt der Rechner, das wäre eine Tastatur. Ich darf das kurz demonstrieren. Wenn ich das jetzt hier reinstecke in den Rechner, in einen USB-Port, dann leuchtet es hier auf. Vielleicht könnt ihr das sehen. Und wenn ich jetzt hier drauf tippe, dann tippt diese virtuelle Tastatur ein sehr langes Passwort direkt in meinen Rechner rein. Das gibt es schon länger. Viele Unternehmen nutzen das für ihre Mitarbeiter, damit die sich damit einloggen können, im Homeoffice oder dienstlich, zwecks Absicht auf die Infrastruktur. Weil dann braucht man auch wieder das Passwort, also Wissen und das Gerät haben. Zwei-Faktor-Authentifizierung ist auch hier eine gute Idee. Dieses Gerät gibt es schon länger, ist schon länger verbreitet und es gibt vor allem sehr viele Unternehmen, die da mitmachen. Ich darf mal kurz zeigen, wer da alles schon mitmacht und diesen Standard unterstützt. Das ist nämlich hier Amazon, Amex, Apple, Facebook, Google, Microsoft, PayPal, diverse andere auch noch dabei. Visa, auch eBay macht mit, Huawei, diverse große Unternehmensnamen unterstützen bereits diesen Standard, mit dem man sich per YubiKey als zweiten Faktor einloggen kann. Was keiner weiß, den gleichen Standard, diesen Fido-Standard, der Fido-Alliance, spricht nicht nur der YubiKey, sondern auch der Personalausweis. Und das möchte ich euch jetzt mal anhand von zwei Plattformen zeigen, wo ich mich damit einloggen werde. Also wir brauchen einen Kartenleser, wie er für die Smart-Karten des Persos üblich ist. Den stecke ich hier an und jetzt werde ich mich dann mal bei Facebook einloggen. So. Die E-Mail-Adresse, die könnt ihr hier alle sehen. Passwort. Und jetzt kann ich mich nicht einloggen. Jetzt soll ich mein Perso auflegen. Super gut. Jetzt lege ich mein Perso auf. PIN-Eingabe. Jetzt muss ich mich beschädigen, dass ich wirklich der Blütze dieses Persos bin. Und zack, bin ich eingeloggt. Bei Google geht es ganz genauso. Google.de anmelden, meine E-Mail-Adresse, das dazugehörige Passwort, das ich euch fast erzählen könnte. Denn Personalausweis liegt noch auf dem Leser. PIN-Eingabe. Ups, vertippt. Da. Und ich bin bei Google sicher eingeloggt mit dem Personalausweis. Als wäre das ein YubiKey, wie ich euch es gerade erklärt habe. Super coole Funktion. Man braucht dazu, wie man gerade gesehen hat, einen Kartenleser. Aber es gibt dazu auch noch ein paar Optionen. Und die kann euch kompetenter als ich, glaube ich, der CK erzählen. Bisher habe ich gerade für die Demonstrationen diesen hier gezeigt. Den heißt der Basiskartenleser. Das ist der Basiskartenleser, ja. Und was kostet der ungefähr? Ungefähr 30 Euro. Und jetzt hast du noch ein paar andere mitgebrachte aus deinem Alltag, beruflich und privat, alle Büschen runtergerockt und schon gut benutzt. Aber erklär doch mal die Unterschiede. Warum könnte ich auch was anderes haben wollen? Ja. Also der Basisleser, den du gerade schon gezeigt hast, der hat halt kein Display, kein Pinpad. Das heißt, ich muss die PIN am Rechner eingeben, was natürlich auch dann Möglichkeit eröffnet, dass die PIN ausgespäht wird. Die nächste Variante, um es auch für das Homebanking zu verwenden, wäre so ein Standardleser. Der hat ein Display, hat ein Pinpad. Das heißt, ich kann die PIN hier am Gerät eingeben an der Stelle. Und es gibt dann auch den Komfortleser, der hat dann ein beleuchtetes Display. War ursprünglich auch mal gedacht für die Signaturfunktion am Ausweis. Die ist momentan aber nicht mehr so im Einsatz. Wäre quasi obsolet. Mein persönlicher Favorit allerdings, das ist dieser Leser hier, der sich gerade ausgeschaltet hat. Der hat einen Akku, hat die Möglichkeit auch über Bluetooth mit dem Gerät verbunden zu werden. Das heißt, den kann ich auch zum Beispiel an einem Tablet verwenden oder so. Und kann ihn auch gleichzeitig, wie gesagt, für das Onlinebanking einsetzen. Ich kann hier am Gerät auch die PIN vom Ausweis zum Beispiel ändern. Und dann liegt man so in der Preisklasse ungefähr hier, so bei ungefähr 60 Euro. Bei dem ist man ungefähr 90 dabei. Und der Komfortleser lacht so bei ungefähr 120 Euro gerade. Also fängt da 30 Euro an und geht dann die verschiedenen Größenordnungen durch. Kann ich aber auch für das Onlinebanking verwenden und schützt mich im Allgemeinen im Netz. Genau. Also die höherwertigen Leser sind halt genauso für das Onlinebanking verwendbar. Wenn man Glück hat, kriegt man sie manchmal auch ein bisschen günstiger. Und das hängt davon ab, wo man es gerade einkauft. Und ich kann sie eben halt auch dann zum Beispiel für die Gesundheitskarte verwenden und ähnliche Sachen. Cool. Und wenn ich jetzt gar keinen Leser habe? Wenn man gar keinen Leser hat, dann nimmt man einfach sein Telefon. Also ein Android-Telefon zum Beispiel. Im lokalen WLAN kann man das koppeln mit dem Rechner. Und dann nimmt man das Telefon als Kartenleser. Lass uns das doch nochmal zeigen. Gerne. Auch ganz ohne Kartenleser kann man sich einloggen mit dem Personalausweis. Denn ich und die meisten aller anderen auch besitzen ein Smartphone mit einer NFC-Funktion. Diese drahtlose Funktion eignet sich auch, um den Personalausweis auszulesen wie ein Kartenleser. Ich demonstriere das einmal. So, das Passwort dazu. Jetzt werde ich gebeten um einen Sicherheitsschlüssel. Und jetzt halte ich den Personalausweis an mein Handy dran. PIN-Eingabe. Und los. Das sieht anders aus als gerade. Was ist passiert? Einfach noch einmal versucht. Und am zweiten Mal ging es dann. Ich nehme an, der Ausweis lag nicht ganz perfekt an der richtigen Stelle über dem NFC-Antenne. So, hat funktioniert. Also, auch ohne Kartenleser kann man sich mit dem Personalausweis einloggen. CK. Mein Perso bei Facebook finde ich jetzt eher seltsam. Da ist ja immer schon ein gewisses Grundvertrauen in die Technologie. Weil ich will ja nicht, dass die personenbezogenen Daten auf meinem Perso bei Facebook oder bei Google landen. Mein Username ist bei Google auch ein ganz anderer. Und eigentlich will ich gar nicht, dass die meinen Nachnamen und so kennen. Wie geht das? Deine personenbezogenen Daten sind dafür überhaupt nicht notwendig. Die werden auch gar nicht ausgelesen. Sondern es wird eine pseudonyme Identität erzeugt. Die ist auch für jeden Dienst anders. Sie erzeugt der Ausweis. Sodass dann eben halt jeweils nur diese Identität, diese Pseudonyme für die Wiedererkennung verwendet wird. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Personalausweis am Zigarettenautomaten, den freischalte, weil ich über 18 bin, wird dafür eine Eigenpersonale generiert? Ja, also der Zigarettenautomat wird im Zweifelsfall ja gar keine Wiedererkennung von dir verlangen. Sondern er wird nur die Frage stellen, ob du über 18 bist. Und der Perso schickt auch keine weiteren Daten als das dahin? Und wenn ich mich jetzt bei Facebook einlogge, welche Daten werden da übertragen? Also tatsächlich wird dafür einfach nur ein Schlüsselpaar erzeugt. Diese Schlüsselpaar wird bei Facebook hinterlegt. Und bei der Wiedererkennung wird einfach geprüft, ob du diese Schlüsselpaar kennst. Und diese Technologie, dass Facebook eigentlich gar nicht weiß, was auf meinem Perso draufsteht und trotzdem mich wiedererkennen kann. Wie heißt das? Wie geht das? Zero-Knowledge-Proof würde man das nennen. Ich glaube, das müssen wir mal ganz kurz erklären. Also, ich habe hier ein 52-blättigeres Skatblatt. Ganz normal. Die oberste Karte ist eine schwarze. Diese Karte nehme ich jetzt weg. Lege sie hier hin. Ihr wisst das. CK weiß das nicht. Für CK ist das eine Behauptung, weil er hat das Blatt nicht gesehen. Wenn ich jetzt von diesem Karten-Stack alle roten Karten nehme und sie CK zum Zählen gebe und CK kommt auf 26, dann ist für ihn der Beweis geführt, welche Farbe diese Karte hat. 26, damit würdest du also glauben, dass diese Karte schwarz ist. Ja. Super gut und es stimmt, diese Karte ist schwarz. Obwohl CK den Wert nicht gesehen hat. Also, ein Zero-Knowledge-Proof, freine Technologie. Und das funktioniert da im Hintergrund mit der Smart-Karte und Facebook. Genau. Wenn ich mich jetzt mit dem Perso bei Facebook einlogge und ihn auch verwende bei Google und jetzt in fünf Jahren sagen wir, kauft Google Facebook. Kann man das dann zusammenführen? Nein. Also, Google und Facebook würden dann zwei verschiedene Identitäten sehen, also auch zwei verschiedene Accounts. Und auf der Basis der Ausweisdaten ist das nicht zusammenführbar. Das heißt, das bleibt auch erhalten, egal wie der Markt sich da jetzt entwickelt, diese Identität. Ja, man kann keine Datenspuren legen damit. Das ist ziemlich cool. Und weil CK der Experte für die Technologie ist, würde ich ihn jetzt bitten, dass er euch jetzt einmal kurz erklärt und zeigt, wie ihr das bei euch einrichten könnt, dass ihr mit der Ausweis-App und dem Ausweis und einem Kartenleser oder dem Handy euch bei Google oder Facebook einloggen könnt. Wie ihr uns gerade schon anmoderiert habt, möchte ich euch nun zeigen, wie man das Ganze einrichtet, was man installieren muss, wie man dabei vorgeht. Und würde einfach direkt loslegen. Ihr öffnet einfach einen Browser, geht auf die Webseite ausweisapp.de. Dort werdet ihr schon auf die Ausweis-App 2 weitergeleitet. Und unter Download für in diesem Fall Windows und Mac, wir haben ein Windows-Gerät hier vor uns, findet ihr dann die entsprechenden Installer-Dateien. Dann nehmen wir jetzt hier also die Windows-Variante, laden die runter, sagen Datei speichern. Installieren diese. Genau. Fortfahren. In Lizenzbedingungen zustimmen. Die sind nicht weiter kritisch. Weiter. Genau. Einfach erstmal jetzt hier im Default. Ich muss jetzt hier einmal mein Admin-Account freigeben, weil wir hier einen Standard-User haben, indem wir das testen. Ausweis-App ist installiert. Den können wir also auch gleich starten. Und dann seht ihr die Ausweis-App hier unten rechts mit dem Ausweis-Symbol an der Stelle, das hier an ist. Für den Browser verwenden wir die Add-on-Verwaltung im Firefox. Das heißt, wir rufen das auf. Suchen dann auf Add-ons Mozilla.org. Dann suchen wir zum Beispiel einfach nach Webaufen zum Beispiel. Und Webaufen EID for Firefox sieht man auch, ist von CK, hat bisher 18 Benutzer. Wenn wir zum Firefox hinzufügen, sagen ja, alles klar. Gut. Die Erweiterung ist jetzt installiert. Man sieht es also jetzt Web-Authentication EID for Firefox. Ich habe jetzt hier den Testbetrieb ausgewählt, weil wir mit dem Testausweis hier an der Stelle das ausprobieren. Ich verwende zum Testen, einfach um zu sehen, ob es funktioniert, immer die U2F-Testseite. Da kann ich dann nämlich testen, ob ich mich registrieren kann. Das heißt also, ich füge den Ausweis zu dem bestehenden Account hinzu. Sehr okay. Ab Ausweis-App geht auf. Mal den Ausweis auflegen. Weiter zur PIN-Eingabe. Der Prozess läuft durch. Und wir sehen, okay, es wird ein Schlüsselpaar erzeugt. Das Fenster ist grün. Wäre es ein Fehler aufgetreten, würde das Fenster jetzt an der Stelle rot werden. Und jetzt probieren wir das Ganze mit dem Login. Das heißt also, jetzt ist meine Pseudonyme-Identität also auf der anderen Seite registriert. Das wäre dann hier mit sein In. Wir haben wieder die Ausweis-App vor uns. Gehen weiter zur PIN-Eingabe. PIN-Eingeben. Weiter. Karte wird geprüft. Das Login hat funktioniert. Das Fenster ist grün. Somit konnten wir also genau diesen Serial Knowledge Proof beweisen an der Stelle, dass wir also das Geheimnis dazu kennen. Und wir sind eingeloggt. Ion war so freundlich, an der Stelle seinen Account eingeloggt zu lassen auf dem Browser. Ich werde euch hier ganz kurz zeigen, wo man das also hier registriert. Wir gehen auf Sicherheit. Dann gibt es hier Methoden zur Überprüfung der Identität. Und dort habe ich Bestätigung in zwei Schritten. Genau, da oben ist es. Dein Kennwort, bitte. Na klar. Und da sieht man, ein Sicherheitsschlüssel-Standard wurde schon registriert. Der ist hier schon seit dem 3. Juli 2019. Und dann fügen wir einfach mal unseren neuen Key hinzu. Das heißt, Sicherheitsschlüssel hinzufügen. Wir möchten hinzufügen ein, ja, hier weiß es bei Google USB oder Bluetooth, sagen weiter. Sicherheitsschlüssel wird registriert. Ausweis-App geht auf. Wir gehen weiter zur PIN-Eingabe. Wir werden PIN eingeben. Fortfahren. Die Karte wird geprüft. Und ein Problem ist aufgetreten. Hast du den Ausweis schon registriert? Ja. Den haben wir ja. Das Problem kann ich erklären. Wir haben ja genau diesen Ausweis verwendet für alle anderen Demonstrationen bisher. Dann entfernen wir ihn einfach. Das heißt, ah ja, sehr gut. Gut, dann hast du nicht mehr den 3. Juli da drin stehen. Nehmen wir ihn raus. Sagen dann jetzt, wir möchten einen Key hinzufügen. Das wäre dann hier Sicherheitsschlüssel hinzufügen. So sähe das dann auf einem Prüschen-Account aus. Wir haben den Schlüssel zur Hand. Das dauert jetzt ein bisschen auf Google-Seite. Ausweis-App ist offen. Wir gehen zur PIN-Eingabe. Geben die PIN ein. Fahren fort. Und der Ausweis ist registriert. Wir können ihm jetzt noch einen Namen geben, zum Beispiel, wenn wir später auch zuordnen können, welcher Schlüssel oder welcher Ausweis das jetzt war an der Stelle. Und fertig. Und der Sicherheitsschlüssel ist registriert. Super gut. Danke für die Demonstration. Wollen wir einmal noch jetzt ganz kurz den Zuschauern zeigen, wie man das ohne Kartenleser einrichtet mit dem Smartphone. Können wir machen. Dann würde ich kurz mein Smartphone zücken und das Screencasting aktivieren dort. So, jetzt starte ich die Ausweis-App auf diesem Handy. Ja, sind wir schon im selben WLAN? Aber wir müssen im selben WLAN. Das ist eine richtige Information. Also zu Hause ist es dann so, dass es in derselben Fritzbox zum Beispiel ohne Probleme funktioniert. Hier auf der C-Base müssen wir jetzt erstmal dafür sorgen, dass beide Geräte sich ein Netz teilen. Und deswegen mache ich einen Hotspot auf auf diesem Gerät. Genau. Das wäre auch genau der Weg, wenn ihr unterwegs seid zum Beispiel im Hotel oder so und wollt dort eben halt euch mit dem Telefon und dem Ausweis irgendwo identifizieren, macht einfach einen Hotspot am Handy auf, geht mit dem Rechner an den Hotspot des Telefons und dann sehen die beiden Geräte sich. Das heißt, wir können die dann koppeln. Jetzt ist er an. Ein Gerät verbunden. Sehr gut. Das Windows hat ein bisschen gebraucht, den zu finden. Alles klar, jetzt ist es soweit. Gut, was mache ich jetzt? Jetzt sind die beiden im selben WLAN? Genau. Die sind beide im selben WLAN jetzt. Jetzt öffnen wir die Ausweis-App. Auf dem Rechner hier? Auf dem Rechner, genau. Gehen dort erstmal in die Einstellung und sagen, okay, Smartphone als Kartenleser. Das heißt, er sucht jetzt schon nach einem Gerät. Wir haben das Gerät hier in diesem Fall schon gekoppelt. Wir entfernen diese Koppelung mal an der Stelle und machen das dann neu. Dann gehe auf dem Telefon bitte mal in die Ausweis-App rein. In die Ausweis-App, genau, so. Ausweis-App. Und dann Fernzugriff starten, genau, um das zu aktivieren. Diesen Button. So, dann findet also die Ausweis-App auf dem Rechner, das Gerät. Wir können dann sagen, wir müssen es koppeln. Wir kriegen jetzt auf dem Handy, wenn man da jetzt sagt, Koppelung starten. Diesen Button. Dann bekommen wir eine Pin angezeigt. 6603. 6603 geben wir hier als Koppelungspin ein. Das ist im Prinzip das gleiche Verfahren wie bei Bluetooth. War falsch. Oh, 6663, siehst du? Ja, also wir sehen, mit einer falschen Pin kommt man nicht ran. Sagen weiter. Das Gerät ist nun gekoppelt und verfügbar. Können wir also jetzt hier verwenden. Und wenn wir jetzt wieder auf die Testseite einfach mal gehen, wir laden die einfach mal neu. Und sagen jetzt registrieren. Dann können wir das einmal kurz testen. Genau. Also weiter zur PIN-Eingabe. Ich halte den Ausweis auf mein Handy. Im Zweifelsfall kann man auch das Handy auf den Ausweis legen. Auch immer darauf achten, dass man vielleicht einen Holztisch hat und kein Metall unten drunter, weil das Metall würde natürlich auch die Funkverbindung in dem Moment beeinträchtigen. Und das kann manchmal zu Fehlern dann führen. Also da einfach gucken. Oder in der Hand halten. Oder in der Hand halten kann man auch, ja. Man kann auch das noch weiter einschalten. Hey, ist grün geworden. Genau, ist grün geworden. Also wir sind registriert. Exzellent. Also wir können das nochmal testen mit dem U2F-Sign. Genau. Also ein Ausweis. Der kann einfach so bleiben, wie er ist. Genau. Kann dranbleiben. Weiter zur PIN-Eingabe. Geben die PIN ein. Karte wird geprüft. Pseudonym wird berechnet. Das ist im Prinzip, was sich in den Datenauslesen versteckt. Und wir sind eingeloggt. Exzellent. So, das heißt, ich kann auch ohne Kartenleser mich mit dem Ausweis überall einloggen und meinen Accounts damit absichern. Und ihr habt gesehen, wie man es einrichtet. Super, vielen Dank für diese Erklärung. Sehr gerne. Jetzt habt ihr gesehen, wie ihr es einrichtet. Und ich hoffe, ihr macht das jetzt auch. Ihr könnt euch damit wirklich im Netz schützen. Wenn euer Passwort verloren geht, kann sich trotzdem niemand in eure Accounts einloggen. Ich halte das für den richtigen Weg. Auf möglichst vielen Accounts Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren. Und mit dem Personalausweis habt ihr dafür ein weiteres Werkzeug zur Verfügung, um das zu tun, ohne euch Hardware kaufen zu müssen. Das ist ganz großartig. Allerdings, die Technologie ist noch nicht ganz fertig. Die Extension, die ihr gerade gesehen habt, die der CK euch gezeigt hat, die WebAuthn-EID-Extension für Firefox, gibt es aktuell noch nicht für Chrome. Der CK hat die Extension für Firefox in seiner Freizeit am Wochenende entwickelt. Damit wir die Funktion, die im Perso bereits vorhanden ist, die Fido-Funktion nutzen können auf den diversen Plattformen. In meinen Augen ist das eine staatliche Aufgabe. Hier müsste der Staat anfangen, Personalstellen zu schaffen. Denn eigentlich wollte ich es auch mit Twitter zeigen. Aber vor einigen Wochen hat Twitter schon mal eine Kleinigkeit geändert. Und bei Twitter geht es aktuell nicht. Das wird auch so bleiben. Alle paar Monate muss man die Extension ein kleines bisschen anpassen, weil sich die Standards weiterentwickeln, die Technologie weiterentwickeln und die Plattformen auch weiterentwickeln. Und weil das so ist, braucht es in meinen Augen ein bis zwei Personalstellen im BMI oder im BSI, die sich darum kümmern, dass so Extensions für die Bürger auch aktuell gehalten werden und gepflegt werden. Das sollte keiner ehrenamtlich tun, erst recht nicht in einem Musstechnologien-Land wie hier. Trotzdem, danke Merkel. Fido-Standard im Perso ist eine sehr gute Idee. Ich hoffe, da kommen noch mehr. Und ich hoffe beim nächsten Mal, dass die Bundesregierung und die Bundesministerien diese Ideen auch der Bevölkerung mitteilen und nicht kleine YouTuber wie ich das dann übernehmen müssen. Vielen, vielen Dank auch an das BSI für die Bereitstellung von diesen Personalausweisen. Ohne diese Personalausweise hätte ich es euch nicht so leicht zeigen können, weil natürlich will ich nicht meinen echten Personalausweis in die Kamera halten. Aber mit diesen Testausweisen vom BSI musste ich das gar nicht. Und ich konnte euch diese schönen Testausweise zeigen. Vielen, vielen Dank auch an die C-Base für die Bereitstellung vom Studio Space und für die Unterstützung von der Videocrew, namentlich C-Wen und Mackie. Ganz großartig. Ohne euch hätte ich dieses Video auch nicht produzieren können. Wir sehen uns beim nächsten Größen-E-Government-Thema oder sonst bei anderen Videos auf meinem Kanal. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. 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 Tschüss.